Stell dir mal vor, du hättest alle drei folgenden ETFs im Portfolio. Der iShares Nasdaq 100 ETF ist aktuell einer der Top Performer und kommt in den vergangenen fünf Jahren auf eine überragende jährliche Rendite von 20,5%. Noch eindrucksvoller ist der Information Technology ETF, der eine Jahresrendite von unglaublichen 27,3% erreicht. Auch der S&P 500 kommt auf eine stabile jährliche Rendite von 15,2%. Angenommen, du hättest also alle drei ETFs im Portfolio, dann würdest du mit einer durchschnittlichen Rendite von rund 21% selbst Superinvestoren wie Warren Buffett in den Schatten stellen, der seit 1968 eine jährliche Rendite von 19,8% erzielen kann. Würdest du nur 300 Euro jeden Monat in diese ETF-Monster-Kombination investieren, dann würdest du nach etwas mehr als 20 Jahren eine Million Euro ohne Startkapital erreichen. Wenn du es sogar schaffen würdest, wie Warren Buffett 50 Jahre lang diese Rendite zu erzielen, dann kämpfst du sogar auf über 260 Millionen und man würde dich dann fragen, wie hast du das geschafft? Doch in diesem Beispiel verbergen sich drei weit verbreitete ETF-Fehler, die du unbedingt vermeiden solltest. Ich zeige dir in diesem Video, wie du langfristig konstant hohe Gewinne mit ETFs erzielen kannst und was die häufigsten Fehler sind, die dich daran hindern, dein Vermögen aufzubauen. Auch ich habe diese Fehler jahrelang gemacht und seitdem ich verstanden habe, worauf ich achten muss, habe meine Gewinne im Depot konstant zugenommen. Mehr dazu später in diesem Video. Fangen wir direkt mit dem ersten großen ETF-Fehler an. Wir haben diesen Fehler bereits am Anfang des Videos in unserem Beispiel gemacht. Alle genannten ETFs sind wirklich großartige Investitionsmöglichkeiten und bieten aus meiner Sicht auch für die Zukunft noch ein tolles Renditepotenzial. Ich denke, viele, die jetzt dieses Video schauen, zumindest in einen dieser ETFs im Depot haben oder zumindest mal darüber nachgedacht haben, in einen davon zu investieren. Ich persönlich würde sogar alle drei ETFs in mein Depot mit aufnehmen. Aber wo liegt dann der Fehler? Viele Anleger konzentrieren sich bei der Auswahl von ETFs auf die falschen Auswahlkriterien. Das Vorgehen ist sehr einfach. Jeder kann auf bekannte ETF-Suchseiten gehen, wie zum Beispiel extraetf.com, sich verschiedene ETFs auflisten lassen und dann zum Beispiel die ETFs nach der Rendite sortieren lassen. Aber sich dann die drei ETFs auszusuchen, die die beste Rendite vorweisen und zu hoffen, dass man in der Zukunft vergleichbare Renditen erzielen kann, ist keine gute Strategie. Auch ich habe vor mehr als zehn Jahren in verschiedenen Finanzzeitschriften geblättert und mir die Aktienfonds mit der besten historischen Performance rausgesucht. Es kann aber ein schwerer Fehler sein, ETFs nur auf Basis der historischen Rendite auszuwählen. Ihr müsst vor jeder Investition im Hinterkopf haben, dass historische Entwicklungen keine Garantie für künftige Entwicklungen sind. Ganz im Gegenteil, aufgrund von zyklischen Bewegungen in verschiedenen Sektoren können Aktien nach einer zyklischen Hochphase mit sehr hohen Renditen in Phasen wechseln, in denen sie unterdurchschnittlich Renditen erzielen. Wer dann von den unterdurchschnittlichen Renditen enttäuscht ist, verkauft unter Umständen und schichtet dann wieder in den nächsten Top-Performer-ETF der letzten zwölf Monate um. Dein Geld wechselt dann schneller den ETF, als ein Tennisball in einem Match hin und her geschlagen wird. So wird man mit Sicherheit langfristig nicht erfolgreich sein. Aber was können wir hier besser machen? Schauen wir uns jetzt zu den ersten ETF mal etwas genauer an. Der iShares Nasdaq 100 ETF bildet den Nasdaq 100 Aktienindex ab, der die 100 größten Unternehmen umfasst, die an der Nasdaq-Börse gelistet sind. 2023 war dieser ETF eine richtige Granate und erzielte eine enorme Rendite von 49%. Wie kam es zu dieser hohen Rendite? Hierzu muss man sich die Bestandteile des ETFs genauer anschauen. Der ETF besteht zur Hälfte aus Technologieaktien und hier sind große Tech-Giganten wie Microsoft, Amazon und Nvidia vertreten. Technologieaktien haben nach der Hochzinsphase extrem gelitten und haben dann in 2023 eine teils explosionsartige Erholung erlebt. Hinzu kam der Hype der künstlichen Intelligenz, der durch Nvidia und ChatGPT ausgelöst wurde und viele Aktien in den Bereich mit nach oben gezogen hat. Aber die hohen Kurse haben auch dazu geführt, dass viele Unternehmen am oberen Ende der Bewertungsspanne sich bewegen und die Luft nach oben sehr dünn geworden ist. Wichtig ist also, dass man versteht, warum ein ETF bzw. ein Aktienkurs steigt. Langfristig folgt der Aktienkurs der Gewinnentwicklung der Unternehmen. Wir als Aktionäre können dann von dieser Entwicklung profitieren. In Hype-Phasen kann es aber dazu kommen, dass die Gewinne der Unternehmen nicht so schnell wachsen können wie die Aktienkurse. Die Folge sind Überbewertungen, die nicht selten in einer Korrektur der Aktienkurse enden. Genau deswegen bieten historische Renditen keine verlässliche Vorhersage für künftige Entwicklungen. Daher ist es aus meiner Sicht auch ein großer Fehler, sich bei der ETF-Auswahl nur auf historische Renditen zu verlassen. Wichtig ist, dass man versteht, in was man genau investiert und eine klare Anlagestrategie verfolgt. Kommen wir direkt zum zweiten Fehler und um diesen Fehler zu verstehen, schauen wir uns mal die beiden anderen ETFs etwas genauer an. Der Information Technology ETF besteht im Grunde genommen zu 100% aus Technologieaktien. Auch der dritte ETF auf den S&P 500 beinhaltet rund 30% Tech-Werte. Das wird auch deutlich, wenn man sich mal die Top 10 Aktien von den drei ETFs im Vergleich anschaut. Hier fällt sehr schnell auf, dass Aktien von Apple, Microsoft, Nvidia in allen drei ETFs zu hohen Anteilen vertreten sind. Das liegt auch daran, dass die Gewichtung der zugrunde liegenden Indizes auf der Marktkapitalisierung beruht. Die genannten Schwergewichte gehören zu den größten Unternehmen in der Welt und sind daher auch in den ETFs übergewichtet. Das ist völlig normal und auch so gewünscht. Aber wir können noch einen Schritt weiter gehen und schauen uns mal einige Beispiele für ETF-Kombinationen an, um zu untersuchen, wie stark die Überschneidungen zwischen den ETFs wirklich sind. Wer also beispielsweise bereits ein MSCI World ETF im Depot hat, sollte sich bewusst sein, was es bedeutet, einen NASDAQ 100 ETF hinzuzumischen. 96 Positionen, also 96% im NASDAQ 100 sind bereits im MSCI World enthalten. In Summe erreichen wir so eine Überschneidung von rund 30%. Kauf man also beide ETFs zu gleichen Anteilen, werden die Unternehmen, die in beiden ETFs vorkommen, noch stärker gewichtet. Wir erstellen also ein Portfolio, das noch stärker auf diese Aktien ausgerichtet ist und andere Unternehmen werden noch stärker untergewichtet. Das verschlechtert unsere Diversifikation und unser Risiko steigt damit. Das kann sich langfristig negativ auf unsere Rendite auswirken, wenn die hochgewichteten Aktien schlechter performen. Wer sein Kapital stark streuen möchte, sollte also darauf achten, weniger Überschneidung zu haben. Die 70-30 Kombination aus MSCI World und Emerging Markets ETF zeigt, wie eine ausgewogene globale Anlagestrategie aussehen kann, die sowohl entwickelte als auch aufstrebende Märkte berücksichtigt. Beide ETFs haben keine Überschneidung und ergänzen sich, wenn man sich ein Weltportfolio aufbauen möchte. Wer aber dann noch den SOP-Verfunde dazu ergänzen möchte, hat dann wieder größere Überschneidung mit dem MSCI World. Das Problem sind aber nicht Überschneidung an sich, sondern das Problem ist, wenn Anleger nicht wissen, ob es Überschneidung gibt und was das nachher bedeutet. Wer zum Beispiel ein Weltportfolio hält und bewusst Aktie von Apple oder Microsoft ergänzt, ist der Meinung, dass diese in Zukunft besser laufen werden als der Markt, dann spricht nichts dagegen. Hat man aber hingegen weniger Ahnung von Einzelaktien und von allgemeinen Marktgeschehen und mischt dann einen tech-lastigen ETF mit einem Weltportfolio, dann ist das aus meiner Sicht eher riskant. Der zweite Fehler ist also, dass man sich nicht mit den Bestandteilen des ETS auseinandergesetzt hat und das Risiko nicht kennt, das mit der Kombination aus Investitionen verbunden ist. Wir haben nun das Konzept der Diversifikation angesprochen. Diversifikation bedeutet ja, das Investmentrisiko zu verringern, indem man sein Geld auf verschiedene Anlagearten, Branchen oder Regionen verteilt. Das Problem ist jedoch, dass man bei der Streuung von Investitionen nicht nur das Risiko reduziert, sondern auch die potenziellen Renditen, die man mit Einzelinvestitionen erzielen kann. Das beste Beispiel ist ja die allseits bekannte 70-30-Strategie. Der MSCI World ist in den letzten Jahren sehr gut gelaufen und der Emerging Markets ETF dümpelt so ein bisschen vor sich hin und die jährliche Rendite kommt auf rund 3,2%. Damit konnte man vielleicht gerade mal so die Inflation ausgleichen. China macht einen wesentlichen Teil von diesem ETF aus und die Wirtschaftsdaten von China sind katastrophal und zu dem belasten geopolitische Konflikte die Emerging Markets. Was wäre die logische Konsequenz? Sollte man dann nicht nur besser in den MSCI World investieren und den Emerging Markets lieber rauslassen? Die Antwort lautet überraschenderweise ja, aber mit einer kleinen Einschränkung. Warren Buffett hat es mal so erklärt, dass eine hohe Diversifikation nicht sinnvoll ist, wenn man über tiefgehendes Wissen und Verständnis über Investitionen verfügt. In diesem Fall könnte eine Konzentration auf wenige gut ausgewählte Anlagen zu besseren Ergebnissen führen. Das Problem ist jedoch, dass viele Anleger nicht über das notwendige Wissen verfügen und sollten daher eher auf eine breite Diversifikation setzen. Für Anfänger empfiehlt Warren Buffett den S&P 500 als einer der besten Investitionsmöglichkeiten. Wer hingegen ein globales Portfolio aufbauen möchte, sollte neben Industriestalten halt auch weiterhin in Schwellenländer investieren. Kommen wir zum dritten und größten Fehler beim ETF-Kauf. Vielleicht hast du dich ja schon für eine Anlagestrategie entschieden und bist bereits in verschiedene ETFs investiert. Ich selbst habe diesen Anfängerfehler auch gemacht und es ist auch normal, dass man zu Beginn nicht das umfassende Wissen hat. Und die Wahrscheinlichkeit ist dann halt auch hoch, dass man zu Beginn nicht sofort die beste Anlagestrategie aussucht, die zu einem persönlich passt. Heute gibt es eine Informationsflut und es ist nicht einfach, den Überblick über die ganzen vermeintlich besten Anlagestrategien zu behalten. Zudem können sich auch Lebensumstände ändern. So macht es gegebenenfalls Sinn, sich in jungen Jahren ein Vermögen über eine passive ETF-Kombination aufzubauen, um dann später in eine Dividendenstrategie umzuschichten, wenn man sich ein zusätzliches Einkommen aufbauen möchte. Was man aber unbedingt nicht tun sollte, ist, seine Anlagestrategie in kürzeren Zeitabständen zu wechseln. Vorausgesetzt, du hast dir zum Zeitpunkt deiner Investition eine klare Strategie zurechtgelegt, dann ist es auch wichtig, dieser Strategie über einen längeren Zeitraum treu zu bleiben. Aus meiner Sicht ist es ein Fehler, zwischen verschiedenen Anlagen zu wechseln, insbesondere wenn man versucht, höhere Renditen hinterher zu laufen. Strategien können wirklich sehr individuell sein und sind auch von verschiedenen Faktoren abhängig. Wie sieht zum Beispiel dein Anlageziel aus? Wie ist deine Risikotragfähigkeit? Welchen Anlagehorizont hast du? Hier gibt es also sehr viele Faktoren, die man beachten muss. Ich selber verfolge die letzten Jahre eine klare Strategie. Mein Gesamtdepot weist bis dato ein Gewinn von über 48.600 Euro aus. Aktuell zieht mein Depot eine jährliche Performance von stabilen 12% pro Jahr. 12% mag für Anfänger nicht viel klingen, aber kommen wir nochmal auf unser Ausgangsbeispiel zurück. Angenommen also, ich spare jeden Monat 300 Euro und das Kapital wird zu 12% verzinst. Dann erreiche ich nach 20 Jahren ein solides Vermögen von 276.000 Euro. Meine Strategie beruht auf einer einfachen Core-Satellite-Strategie. Eine Welt-ETF-Kombination aus MSCI World und Emerging Markets bildet den Kern und als Satelliten ergänze ich dann einzelne ETFs und Aktien, bei denen ich Unterbewertung bzw. Kaufchancen sehe. Mein passives Weltdepot kommt auf eine solide Rendite von 9% pro Jahr und meine Aktieninvestitionen können sogar den Markt schlagen und kommen auf eine jährliche Performance von 14,5%. Was für mich funktioniert, muss aber nicht für jeden geeignet sein. Mir persönlich hat es aber insbesondere geholfen, meiner Strategie in allen Marktphasen treu zu bleiben und mich nicht von anderen Strategien verunsichern zu lassen. Wer einfache Fehler vermeidet und sich eine klare Strategie zurechtlegt, kann mit Leichtigkeit ähnliche Ergebnisse erzielen. Dazu braucht es nur das richtige Basiswissen. Wenn du die Basics zum Thema Investieren lernen möchtest, dann schau dir unbedingt noch hier oben dieses Video an. Hier erkläre ich dir alles, was du brauchst, um erfolgreich investieren zu können. Klicke einfach hier oben auf dieses Video. Klicke einfach hier oben auf ein bisschen...